Spiritualität ist ein ganz großes Thema. Letztlich sagt Spiritualität ja eigentlich nur aus, dass ein Mensch daran glaubt, dass es nicht nur die materielle Welt gibt, das, was wir sehen und anfassen können, sondern dass es noch etwas Größeres dahinter gibt, etwas Metaphysisches. Und natürlich wissen die meisten Menschen von den Inkas recht wenig und von deren Spiritualität noch viel weniger. Aber es ist mal interessant, sich anzugucken, wie das Inka-Reich sich entwickelt hat. Denn die haben vor mehr als 500 Jahren Probleme gelöst, vor denen wir heute hier in Europa und auf der ganzen Welt stehen. Energie kann nur leicht oder schwer sein. Energie für die Inkas als positiv und negativ zu betrachten, macht überhaupt keinen Sinn. Wie kann denn Leben negativ sein? Die Dinge, die mir im Leben begegnen, sind leicht oder schwer. Aber leicht und schwer hilft uns, die Menschen sein zu lassen, wie sie sind. Oder, noch viel besser, ihnen zu helfen. Denn wenn es jemandem schwer geht, kann ich es nur noch leichter zu machen. Ich bin Zugfahrer und es ist eine Familie dort und die Kinder gehen spielen, in den Flur und rennen hoch und runter und schreien. Glaubt mir, es dauert nicht lange, dann denke ich, boah, jetzt wird es hier aber schwer. Ja, aber ich weiß, dass Kinder auch das Recht haben, sich zu bewegen. Und Kinder müssen sich auch bewegen. Aber deren Interessen und meine Interessen kollidieren in dem Moment ein bisschen. Also muss ich schauen, wie ich für mich diese Energie so bewegen kann, dass es für mich auch leicht ist. Weil einer guten Technik nennt sich, wörtlich übersetzt, das Essen von schwerer Energie. Und ich sitze dann in diesem Meeting, weil die ganzen Verkäufer, die Einkäufer, die Lieferanten, alle haben ihre Themen. Die bringen die ja immer mit. Und dann fange ich an zu essen. Und jedes Mal sagt mir mein Bruder, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber das lief so leicht und freut einfach heute ab. Das ist das, was ich eingangs sagte, mit Harmonie bringen. Harmonie erzeugen. Harmonie heißt für uns, etwas, eine Energie so zu bewegen, eine Energie so in einen Zustand zu bringen, dass es mir gut geht und dem anderen gut geht. Beide muss es gut gehen. Es geht um manipulieren, versteht ihr? Es geht darum, Menschen etwas zu verkaufen oder sie etwas tun zu lassen, was sie vielleicht gar nicht wollen. Es geht darum, eine Basis dafür zu schaffen, dass es beiden Seiten gut geht und auf dieser Basis man miteinander arbeiten kann. Dann stellt sich für mich nicht mehr die Frage, was können wir tun, um authentisch am Markt zu agieren? Was können wir tun, um das und das zu erreichen? Weil ich einfach weiß, meine innere Stimme sagt das, dass dafür stehe ich. Und wenn ich das entwickeln kann, kann ich meinen Weg hin zum Ende. Und das ist dann das, was wir als gelebte Authentizität bezeichnen. Wenn ich in der Lage bin, das zu tun, was ich sage, gleichzeitig mein ganzes Herz hineinzugeben und dann auch meine Impulse kontrollieren kann, dann habe ich die vier zentralen Faktoren des Menschen harmonisiert und dann lebe ich diese Authentizität, weil ich dann in meiner Kraft bin. Und dann habe ich hier gedacht, das war eigentlich kein Tipp. den Heilfümern gebe, das ist ebenso dar zaman pointers. Und dann habe ich in dieser Stelle allen mich einbuще 악musil tam Forces, minimize doch nicht weiter! In der Lage bin, dass du es dann auseticsich Calendar Vielen Dank.